So Freunde, es ist soweit. Ich darf mit euch zusammen die neue Emotion Flashbang auspacken. Ich habe schon eine daheim, ich konnte die schon ein kleines bisschen testen, aber jetzt können wir die einmal zusammen auspacken. Wir machen uns die dann auch direkt an, wir machen unseren kompletten ersten Eindruck und schon ein erstes Mini-Fazit. Aber es wird auch nochmal ein vollwertiges Review mit Cinematics und so weiter online kommen. Aber erstmal Unboxing-Aufbau. So, wir fangen erstmal mit was Kleinem an. Und zwar gibt es ein extra Mouthpiece, das man sich dazu kaufen kann. Das ist nicht mit bei der Pfeife dabei. Es ist wieder ein wenig in dem Design, in dem Standard-Design von Emotion. Das heißt, wir haben hier wieder dieses kleine Griffstück. Also ich meine wirklich gerade nur hier diese Verengung im Mundstück. Vorne haben wir noch ein paar extra Cuts drin. Fühlt sich schön schwer an. Es fühlt sich auch nach Metall an. Also es ist auch Metall, es fühlt sich nicht nur so an. Das heißt, es ist zwar das gewohnte Emotion-Design, aber nicht mit diesem Soft-Touch. Das haben wir hier nicht dran. Hier steht einmal Flashbang. Auf der anderen Seite steht AMFB Motion Flashbang. 2023-1. Das ist das Mundstück. Das gibt es extra dazu. Finde ich schön. Fühlt sich auch geil an, wenn das mal nicht in dieser Soft-Touch-Optik ist. Finde ich nice. Erstes Quartal? Ja, maybe steht die 1 für erstes Quartal. Das könnte natürlich gut sein. Kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Part, den ihr sehen wollt. Ganz langsam heben wir hier den Karton an. Hier sehen wir auch schon das erste Teil auf dem Karton. Wir sehen auch schon den Colorway, den ich da habe. Das ist Teal. Dann sehen wir Flashbang Game Over. Und auf der Rückseite steht die Anleitung. Falls ihr das lesen wollt, drückt einfach mal Pause. Dann könnt ihr das in aller Ruhe lesen. Oh, was liegt denn hier so schön mittig platziert? Und dann haben wir hier als allererstes den Teller von der Flashbang. Einmal mit einem großen Flashbang-Schriftzug. Der übrigens, man fühlt den sogar. Also man fühlt das. Das Ganze ist schwarz beschichtet. Ist wieder unglaublich schwer. Jeder, der schon mal einen Teller von einer Emotion Pfeife in der Hand hatte. Also die Future. Der ist genauso schwer. Und genauso massiv und genauso dick. Genauso schön abgerundet. Das ist sehr, sehr nice. Also keine scharfen Kanten. Pulverbeschichtung ist sehr, sehr gut geworden. Schöner Teller. Wir packen aber erstmal zur Seite und packen weiter aus. Und dann sehen wir hier oben schon das absolute Herzstück dieser Pfeife. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass Emotion das hier machen will, dachte ich mir schon, dass das absolut geisteskrank ist. Wie aufwendig dieses Teil hier verziert wurde. Wie viele Einzelteile das sein müssen. Absolut geisteskrank. Und wie geil dieses Ding aussieht. Also ich wünschte, man könnte auch dieses Teil einfach direkt kaufen und sich das als Pfeifendeko irgendwo hinstellen. Also für mich würde bis jetzt für 2023 diese Pfeife den Preis für auffälligstes, ausgefallenstes Design gewinnen. Das ist so eine geile Idee, finde ich. Und die Liebe zum Detail ist unglaublich nice. Wir haben hier erstmal Flashbang draufstehen. Dann hier irgendeine Seriennummer. Ein paar Warnhinweise. Eine Modelnummer. Jahr 2023. Und dann aber auch zum Beispiel so Sachen wie hier. Das hier noch. How to use. Remove safety pin from grenade. Hold grenade within safety... Ne. With safety lever before throwing. Release safety lever with throwing process. Grenade will detonate after 1.4 second fuse time delay. Geisteskrank, oder? Das ist so nice. Auch hier mit den Farben. Die Feder hat eine Farbe. Diese kleine Ösi hier hat noch eine Farbe. In der selben Farbe ist auch nochmal hier dieses kleine Gummiteil, was da dran hängt. Also, ich finde das Design von dem Rauchsäulenelement hier wirklich geisteskrank nice. Man kann es nicht auseinanderschrauben, um es nochmal zu reinigen. Also, vielleicht mit viel Gewalt, aber ich würde es nicht machen. Ich würde die so durchspülen, ja. Das heißt, wir haben auch gar nicht so viele Teile, die wir reinigen müssen, was ein Vorteil für uns ist. Ich finde es geisteskrank. Aber wir packen mal weiter aus. Hier hat sich ein Teil noch verirrt. Das ist der Schlauchanschluss. Der sieht so aus. Ist auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite silber. Wir sehen schon, es ist eigentlich nicht wie ein Schliff geformt und hat aber auch keine Ohrringe. Warum das so ist, sehen und hören wir gleich. Aber wir packen erstmal weiter aus. Wir können zunächst eine Schicht übergehen. Und dann haben wir hier einmal das Tauchrohr. Wir sehen auch, dass das Tauchrohr hier eine Verengung hat. Das heißt, wir haben wieder ein System, wo die Rauchsäule und das Tauchrohr miteinander verschraubt wird, während die Base dazwischen geklemmt wird. Das heißt, wir haben zwar eine POM-Base, aber in der POM-Base müssen keine Gewinde sein. Das ist gut, weil POM nicht so widerstandsfähig ist wie Metall. Und Gewinde im Metall machen mehr Sinn als Gewinde in POM. Es gibt aber auch viele Pfeifen, die haben das Gewinde im POM und das ist auch okay. Dann haben wir wie von Emotion gewohnt einen umdrehbaren Diffusor. Wichtig, der Diffusor ist unten auf, dass falls da mal Tabak durchfällt, der nach unten rausfallen kann und wir das Ganze nicht irgendwann verstopft haben. Dann haben wir noch einen Kopfadapter. An dem ist auch schon eine Kopfdichtung drin. Auch schön zu sehen, wenn sowas immer dabei ist. Dann haben wir eine Bowl-Dichtung. Und da sehen wir, dass hier noch klein draufsteht, wenn der Fokus Bock hat. Das heißt, wir haben wie von Emotion und Mose so oft gewohnt, zwei verschiedene Größen an Bowl-Dichtungen dabei. Sorgt dafür, dass falls mal eine Bowl größer oder mal kleiner ausfällt, dann haben wir hier hoffentlich die passende Größe, um die Pfeife immer sicher auf die Bowl zu bekommen. Sehr wichtig. Dann haben wir hier sieben Kugeln. Wir brauchen aber tatsächlich nur fünf. Und da derselbe Kritikpunkt, wie ich es schon oft gesagt habe, so eine Kugel kostet doch im EK wirklich nichts. Wirklich nichts. Da könnte man doch, wenn man hier schon mehr Kugeln reinmacht, könnte man doch einfach zehn nehmen. Dann hat man einen kompletten Satz Ersatzkugeln. Das macht die Pfeife für den Hersteller maybe, weiß ich nicht, wahrscheinlich einen halben Cent teurer oder so. Und wenn man mal die Kugeln verliert, sind die Chancen halt groß, dass jemand, der es nicht besser wusste, macht die Pfeife sauber, kippt irgendwie alle in die Spüle und alle Kugeln sind weg. Das heißt, ich würde mir wünschen, bei jeder Pfeife, wenn man Ersatzkugeln schon dazu gibt, dann bitte doch einen kompletten Satz. Das ist aber eine Mini-Kritik. Das ist nichts Wildes, aber das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. So, und dann haben wir hier die Base. Wie gesagt, sehen wir oben die fünf Löcher für die Blow-Off-Kugeln und die sind geisteskrank groß, die Bohrungen. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt so im Größenvergleich auffällt, aber die sind riesig, habe ich zumindest so das Gefühl, was dafür spricht, dass der Blow-Off sehr, sehr leichtgängig ist. Und das ist was Cooles. Und was auch direkt auffällt, es gibt sogar eine doppelte Bohrung für das Durchzugsloch. Das heißt, die fünf Löcher hier rundherum, die sind alle dafür da, dass wir einen Blow-Off haben. Und dieses Loch hier geht dann durch die Base in den Schlauchanschluss. Und da wurde sogar doppelt gebohrt, sodass dann noch mehr Luft durch kann. Sehr, sehr nice. Wie viel Millimeter die Kugeln haben, kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen. Ich glaube aber, ich glaube, die Breeze hat 6,5er und ich würde behaupten, dass die hier deutlich größer sind. Wir nehmen nochmal dieses Teil hier in die Hand. Das ist der Schlauchanschluss. Ein fancy Magnet. Sehr nice. Bei Magneten muss man immer ein bisschen gucken, wie die Haltbarkeit ist. Ich würde mir aber vorstellen, wenn das jemand hinkriegt, dann bestimmt Emotion. Es funktioniert bis jetzt auf jeden Fall übel geil. Hält auch sehr, sehr gut. Wenn man noch ein bisschen mehr hat, wo man dran greifen kann, funktioniert das Ganze auf jeden Fall relativ easy. Aber das ist auf jeden Fall geil. Also wenn es kein Schliff ist, dann ist ein Magnet geil. Und wenn man so eine Base hat wie hier, wo der Schlauchanschluss von der Seite reinkommt, dann ist ein Schliff natürlich Schmutz. Der rutscht viel zu oft raus. Dann ist ein Magnet eine sehr, sehr geile Lösung. Dann haben wir nur noch ein Teil in der Verpackung und das ist die Bowl. Auch wieder eine definitiv zu erkennende Emotion Design Sprache. Aber nochmal ein bisschen anders. Finde die Bowl Form auf jeden Fall nice. Für eine Standard Bowl, coole Form. Blasen haben wir, die hatte ich selbst noch nicht ausgepackt hier. Ich hatte noch eine zu Hause in einer anderen Farbe. Die habe ich ausgepackt, aber ich sehe, hier ist ein Mini-Bläschen. Aber das ist für eine Standard Bowl schon sehr, sehr gut verarbeitet. Also ein Mini-Bläschen hatte ich. Hier, da ist ein Mini-Bläschen. Seht ihr es in der Camp? Ah, da ist noch eins. Also zwei Mini-Bläschen. Aber in so Bowls können immer mal Blasen sein. Also es ist normal, dass in so einer Bowl ein paar Mini-Bläschen drin sind. Absolut perfekt sind die nie. Aber das ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, so sieht die aus. Und dann bauen wir das Ganze einmal auf. Wir nehmen als erstes die Base. Und in die Base packen wir als erstes einmal die Kugeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tauchrohr einmal durchstecken. Rauchsäule oben drauf schrauben. Zack, dann sitzt sie gerade. Wir können auch nochmal die Granate ein bisschen schöner platzieren. Wenn ich die Pfeife gleich so neben mich stelle, dass ihr die Flashbang schön seht, machen wir das Ganze so. So, könnt ihr euch, also man könnte das jetzt natürlich auch, wenn ihr das aufschraubt, könnt ihr das natürlich hier einmal ausrichten, wie ihr das möchtet. Vielleicht wollt ihr, dass das so zu euch zeigt. Dann haltet ihr das so, dreht das Tauchrohr fest und dann habt ihr das ausgerichtet, wie ihr das möchtet. Das muss nicht irgendwie bestimmt sitzen. Ich würde das wahrscheinlich so ausrichten, dass der Schlauch nach hinten weg geht gleich im Stream und ihr in die Kamera gerichtet schön das Flashbang seht. Oder im Video natürlich auch. So, dann können wir unten noch einmal Diffusor an, Diffusor aus. Ich habe beides schon mal geraucht. Ich finde Diffusor aus auf jeden Fall geiler. Das ist wieder derselbe kleine Kritikpunkt, den ich bei der Future schon hatte. Das ist hier ein bisschen wackelig. Da muss man ein bisschen Feingefühl haben, wenn man das einmal festschraubt. Das würde wahrscheinlich noch ein bisschen besser gehen. Es funktioniert aber. Ist absolut in Ordnung. Also es ist relativ simpel. Ihr habt nicht so viele Teile. Ihr habt Tauchrohr, Diffusor, Rauchsäule, Base, Schlauchanschluss. Und, oh nein, jetzt habe ich den abgemacht. Dann müssen wir gleich wieder dranhängen. Das ist nämlich tatsächlich auch ein funktionierender kleiner Karabinerhaken. Sogar mit einem kleinen Gewinde. Also das funktioniert sogar. Das ist nicht einfach nur Deko. Das funktioniert in der Theorie sogar richtig. Das heißt, wenn wir jetzt hier die kleine Öse haben, können wir den einmal aufmachen. Also wenn ihr euch so ein kleines süßes Ding an euren Schlüssel machen wollt, dann würde das auch gehen. Machen wir ihn wieder zu. So, jetzt hängt es mit Emotion Logo nach außen. Dann können wir als nächstes hier einmal den Teller drauflegen und den Kopfadapter oben verschrauben. Fertig sind wir mit dem Aufbau. Die Size 1 Dichtung ist hier auch schon drauf. Das heißt, Bowl Dichtung müssen wir nicht noch extra drauf machen. Das sind wie gesagt zwei. Und dann können wir die Pfeife schon auf die Bowl packen. Und die Bowl Dichtung passt auf jeden Fall mit der Bowl, die ich hier habe. Gerade sehr, sehr gut. Und so sieht das Gerät dann aufgebaut aus. Geisteskrankes Design, oder? Also das Einzige, was meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen hätte anders gemacht werden können, ist die Base. Ich weiß nicht, mir hätte es gefallen, wenn die ein bisschen flacher wäre, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber da muss ja auch dieser massive Schlauchanschluss rein. Und um einen guten Durchzug zu haben, ist das schon eine nice Sache. Vor allem mit der doppelten Bohrung unten in der Base für das Durchzugsloch. Sick, oder? Teller. Ich spüle die ganz schnell durch. Ich lege mir Kohle. Und dann zeige ich euch auch noch den Blow-Off. Und dann zeige ich euch auch noch alle anderen Daten zu der Pfeife. Dann können wir die Pfeife hinstellen. Ja, Durchzug sackt noch ein bisschen. Das wird aber wahrscheinlich mein dezentes Overpack gerade sein. Müssen wir gleich noch mal ein bisschen mit dem HMD hebeln. Dann sollte sich das fangen. Seid ihr bereit für den Blow-Off, Freunde? Flasht, oder? Mein Durchzug ist noch scheiße. Aber da kann ich euch schon sagen, ich habe ja schon ein paar Köpfe mit der Pfeife zu Hause geraucht. Das ist gerade mein Kopfbau, der scheiße ist. Der Durchzug von der Pfeife ist geisteskrank. Und der Blow-Off, also der Hauptpart von dem Blow-Off kommt hier unten aus diesen Zieröffnungen. Also es sieht aus, als wäre es einfach nur vom Design her. Aber Function by Design ist halt einfach geil. Aber sogar oben aus diesen kleinen Nieten hier kommt auch noch ein Teil vom Blow-Off raus. Ein bisschen weniger als hier. Hammer, oder? Ich finde es geisteskrank nice. Ist wieder ein gutes Beispiel für eine Pfeife, die zwar nur ein Blow-Off hat, aber ein guter Blow-Off für mich persönlich halt einfach reicht. Wir gehen mal auf die Website und ich zeige euch, was die Pfeife kostet. Website von der Flashbang. Hier seht ihr nochmal eine Abbildung und hier steht es auch ab 4.5. bei Moses Shisha. Get Flash. Die Emotion Flashbang ist ein richtig kleines Kunstwerk. Mit ihren über 30 Einzelteilen ist sie außerdem eine der komplexesten Shishas auf dem Markt. Gut, ja, mit der Blow-Off-Verstellung, Pipapu, Design gibt es noch komplexere. Aber da sind auf jeden Fall schon viele Teile dran. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Formen und Materialien macht sie außerdem zu einem wahren Eyecatcher. Das auf jeden Fall, ja. Lass dich von dem Design fesseln und entzündet die Flashbang. Stunning Blow-Off, Materialien, 30 Einzelteile, Edelstahl, pulverbeschichtetes Aluminium, ABS, Edelstahl, POM, Silikon, Polycarbonat und Glas. Weitere Features, technische Details, Höhe, Diffusor-Bowl, also die Bowl ist 35 cm hoch. Taucher hat einen 12 mm Durchmesser, die Rauchsaal hat einen 11 Durchmesser, Schlauchanschluss in 9,5 und der Teller ist, sagen wir mal 16. Colorways sehen wir jetzt hier unten. Es gibt Arctic, also das Acryl in Blau und dann die Elemente in Gelb. Es gibt den Griff in Pink und die Elemente in Blau. Es gibt den Griff in Türkis und die Elemente in Lila. Das ist die Variante, wie ich sie hier habe. Also das ist der Teal Colorway. Und ihr seht es auch hier schon eingeblendet, hier unten. 170 Euro kostet die Pfeiffer. Also 169,99 kostet die Pfeiffer. Aber die Pfeiffer alleine, muss man fairerweise dazu sagen. Das Mundstück kostet 25 Euro extra. Das ist nicht mit dem Lieferumfang. Und dann gibt es noch Amber. Die hat die gelben Elemente, beziehungsweise den gelben Griff und die roten Elemente mit dran. Die Base ist immer schwarz, das obere Stück der Granate ist auch immer schwarz und der Mittelteil der Granate ist auch immer weiß. Aber die Zierelemente außen, also Griff und die Zierelemente, die verändern sich halt in der Farbe und es gibt vier verschiedene Colorways. Keine Ahnung, ob da noch mehr geplant sind, ob noch was kommen soll. Das sind auf jeden Fall erstmal die vier, die wir bekommen. Plus das Mundstück kann man sich auch dazu kaufen. Das kostet 25 Euro extra, falls jemand noch ein schönes Mundstück haben will und vielleicht das passende zu der Flashbang haben möchte. Der kann sich hier noch das Flashbang-Mundstück ziehen. So sieht das Gerät aus. Rauchen wir mal noch ein bisschen. Nice. Kannst du mal den Teller zeigen? So sieht der Teller aus. Ist nice. Ich habe jetzt ein paar Köpfchen mit der Pfeife geraucht und mein erstes Fazit ist, Durchzug ist angenehm offen. Ich würde ihm eine 8 bis 8,5 von 10 geben. Sehr gute Note. Der Blower funktioniert super leicht, aber nicht zu leicht. Also es fühlt sich nicht falsch an zu entlüften. Es geht aber sehr, sehr einfach. Also dass da so große Kugeln drin sind, merkt man auf jeden Fall krass. Das Einzige, was mir am Design nicht super gut gefällt, ist die Base. Die ist ein bisschen sehr simpel gehalten. Da hätte man vielleicht noch irgendwas mit einbauen können. Vielleicht nochmal irgendwie so eine Grafik in Weiß drauf oder so. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob es gute Gründe dafür gibt, dass das nicht so ist. Weil vielleicht Weiß auf Schwarz schwerer ist als Schwarz auf Weiß. Kann ich euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, hätte ich mir vielleicht noch irgendetwas auf der Base gewünscht. Die wirkt ein bisschen leer. Auf der anderen Seite, der Teller und die Granate in der Mitte haben sowieso schon so ein ausgefallenes Design. Dass ich es eigentlich auch okay finde, wenn jetzt nicht mehr so viel auf der Base ist. Aber dann hätte sie vielleicht ein bisschen kleiner sein können. Aber abgesehen von der Base ist das Ding für mich eine absolute Granate. Erster Eindruck, geisteskrank nice. Das ist für mich der beste Anwärter auf Designpreis 2023. Der Preis, wir haben Pfeifen, die vielleicht ein bisschen mehr können. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das Herstellen von diesem Ding hier halt schon sehr, sehr teuer ist. Mit den ganzen Einzelteilen, die da gefertigt werden müssen. Es muss alles mit Form gemacht werden. Jede Form kostet aber tausende Dollar. 169 Euro ist, denke ich, okay. Ich hätte mir maybe gewünscht, dass das Mundstück bei den 170 Euro noch mit drin ist. Aber abgesehen davon finde ich den Preis in Ordnung. Ich kenne leider die Produktionskosten von dieser Granate in der Mitte nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schon relativ teuer ist. Also ich hätte mir gewünscht, 170 Euro noch das Mundstück mit dabei. Oder vielleicht ohne Mundstück 150? Maybe? Aber gut, ich bin sehr froh, eine zu haben. Ich finde sie wunderschön. Ich finde es geil, dass die deutschen Hersteller jetzt auch mal ein bisschen mehr mit Design spielen. Aus Russland kennt man viele ausgefallene Pfeifen. Aus Deutschland leider eher weniger. Und von daher finde ich das schon sehr, sehr nice. Also ich bin froh, dass wir die Pfeife auf dem Markt haben. Ich finde sie schön, sie lässt sich gut rauchen. So viel zu meinem ersten Eindruck.